Hey YouTube, herzlich willkommen zu einem Sonderbeitrag über Emanuel Buchmann. Viele haben es schon erwartet, aber jetzt ist es auch offiziell, Emanuel Buchmann wird Bore Hansgrohe verlassen. Der große Streit in die Nicht-Nominierung beim Giro Italia war auch schon Thema hier auf dem Kanal, da allerdings ausschließlich aus sportlicher Sicht und was das ganze Mannschaftstaktisch während dem Giro zu bedeuten hatte. Heute werfen wir mal einen Blick darauf, wie es zu dieser Unstimmigkeit im Team kommen konnte. Und dazu will ich mal einen Blick auch in der Ecke weiter zurückwerfen und so ein paar wichtige Momente in der Karriere von Emanuel Buchmann bei Bore Hansgrohe analysieren. Und dann hat man vielleicht auch eher ein Verständnis dazu, wie es zu diesem Streit kommen konnte. Da gehören ja auch immer zwei Parteien dazu. Und wenn wir damit fertig sind, machen wir uns mal Gedanken, wie es jetzt mit Emanuel Buchmann weitergehen kann. Nachdem der Teamverbleib bei Bore Hansgrohe jetzt absolut vom Tisch ist, bleiben meiner Meinung nach genau zwei Optionen für Buchmann. Und die will ich gerne mal mit euch diskutieren. Also der große Streit wurde im Prinzip von Emanuel Buchmann selber durch genau diesen Instagram-Post in die Öffentlichkeit getragen. Vor vier Wochen, das heißt unmittelbar vor dem Start vom Giro Italia, schrieb er Ich kann meine Enttäuschung und meine Frustration nicht beschreiben. Bore Hansgrohe hat mir die Co-Leadership-Rolle für die Gesamtwertung beim Giro Italia versprochen, aber 16 Tage vor dem Start wurde er aus dem Line abgestrichen. Und dann auch noch von ihm selber kreierte Hashtag FreeEmu, kommentiert auch hier von Wout von Art. Äh, Achtung, das ist nicht der echte Wout von Art, sondern das hier ist ein sehr guter Meme-Account und Photoshop-Künstler, deswegen auch Wout von Art, nicht Wout von Art. Aber zurück zum Thema, auf die Äußerung auf Instagram hat sich dann der Teamchef Ralf Denk von Boratschur gemeldet und an der Stelle wird es jetzt interessant. Er meinte, hier ist ein Auffassungsfehler von Emanuel Buchmann, der war nie vorgesehen als Co-Leader für den Giro. In der offiziellen Pressemitteilung vom Team waren vorher Kemner und Martinez benannt. Okay, Kemner, sturzbedingt fällt jetzt aus, aber so war ganz klar der Plan, Martinez geht als Co-Leader da rein und Emanuel Buchmann war nie vorgesehen auf Gesamtwertung zu fahren. Und an der Stelle muss man jetzt mal einhaken und auch die Kommunikation von Boratschur infrage stellen. Also nur weil in der offiziellen Pressemitteilung andere Fahrer mehr ins Rampenlicht gestellt werden, heißt das noch lange nicht, dass man nicht vielleicht auch teamintern mit einem anderen Fahrer für GC planen kann. Das wäre strategisch teamtaktisch sogar eine sehr gute Lösung, wenn man nicht so offen seine Karten auf den Tisch legt, sondern hier eher ein bisschen pokert. Heißt viel wichtiger als das, was in der offiziellen Pressemitteilung irgendwie kurz vor dem Giro benannt wird, ist, was wurde intern mit dem Kerl besprochen. Und ja, so wie die Streckenführung beim diesjährigen Tiro war, das heißt relativ wenig steile Berge, sehr zeitverlastig. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht Emanuel Buchmann als GC-Fahrer eingeplant, sondern eher als Berghelfer. Aber das heißt doch auch, die ganze Vorbereitung und das Training, ob ich jetzt als Bergedelhelfer oder als GC-Fahrer eingeplant bin, die sieht doch ganz anders aus. Das heißt, ich muss doch viel mehr Zeit auf dem Zeitfahrer verbringen, ich muss ganz andere Streckenbesichtigungen machen. Das ist doch eine ganz andere Vorbereitung, als wenn ich als Edelberghelfer geplant bin. Dann sieht ja auch der ganze Trainingsplan in der Vorbereitung auf den Giro komplett anders aus. Dann brauche ich auch diese Antritte und ja, Laktatakzeptanz nicht so sehr, sondern ich muss ja nur eine hohe Schwellenleistung fahren, um halt für meinen Hauptkapitän an der oder der Stelle Führungsarbeit am Hauptfeld zu leisten. Kann dann aber auch an den nächsten Tagen ganz anders regenerieren. Das heißt, was hat denn der Trainer von Emanuel Buchmann, und der betreut ja noch mehr Fahrer in dem Team als jetzt nur den einen, denn was hat der denn gedacht? Und ist da die teaminterne Kommunikation bei Boranskro wirklich so mies, dass sie hier einen Fahrer wochenlang auf ein falsches Ziel hin vorbereiten? Und ich möchte hier zumindest der Verteidigung von Emanuel Buchmann noch einhaken, dass zumindest auch Boranskro in den letzten Jahren auch häufig nicht so ein gutes Bild gelassen hat, was so die teaminterne Kommunikation angeht. Und damit meine ich gar nicht Ute Brücks, was schon der zweite Fahrer in nur wenigen Monaten ist, der schon keine Lust mehr auf das Team hat, aber hier eine ganz andere Geschichte. Ich denke da eher an den Pascal Ackermann, den man dann ganz klar signalisiert hat, er wird hier die Tour de France noch fahren und dann, ja, wenige Wochen später, wird er doch nochmal Rolle rückwärts der wieder aus dem Kader rausgestrichen. Also das mag ja vielleicht alles sportlich vernünftig zu begründen sein, aber da muss man vielleicht doch mal von Boranskro sich mal ein Management-Suminar besuchen und, ja, das Thema Motivation und Zufriedenheit im Team, das sind alles noch Menschen. Aber gehen wir doch mal ein bisschen zurück. Was ist Emanuel Buchmann für ein Fahrertyp? Hier haben wir mal die Pro-Cycling-Stats von ihm offen. Okay, 31 Jahre alt, gebürtig aus Ravensburg, 59 Kilogramm, 1,80. Naja, okay, ob das immer so ganz stimmt, aber es wird auf jeden Fall klar, er ist ein Bergfahrer. Und wenn wir uns mal hier die Punkteverteilung anschauen, dann wird auch ganz klar eins deutlich, er holt eigentlich nur Punkte über Gesamtwertung beziehungsweise übers Klettern. Aber Zeitfahren ist jetzt nicht sonderlich seins und er hat auch absolut gar keinen Antritt im Sprint. Er ist im Prinzip so ein Diesel-Traktor, unglaublich konstant, aber halt nur fürs Hochgebirge. Und das macht es nicht sonderlich leicht, Rennen zu gewinnen, das macht es allerdings sehr schwer, ihm im Hochgebirge abzuhängen. Und dadurch schwimmt er halt auch immer noch so irgendwo bei den letzten 10 am Berg noch irgendwo mit und wird dann halt auch immer in der Gesamtwertung so 4.5. Und das zieht sich im Prinzip durch seine gesamte Karriere. Der ist gewechselt 2014 vom kleinen Zweitliga-Team Ratnet Rose zu dem damals noch auch kleineren Zweitliga-Team Bora Argon 18. Aber aus Bora Argon 18 ist über die Jahre, während er hier ganz langsam kontinuierlich immer besser wurde und auch immer mehr PCS-Punkte eingesammelt hat, wurde dann auch das immer größere Team Bora Hans-Krohr beziehungsweise demnächst Red Bull Bora Hans-Krohr. Beste Ergebnisse, er wurde zum Beispiel dritter direkt bei seiner ersten Tour de France-Teilnahme auf einer Etappe, da allerdings aus nach Fluchtgruppe raus. Und ja, zum Schluss fehlt ihm dann halt auch ein bisschen der Antritt. Die Etappe gewinnt Raphael Maika und dann halt relativ viele GC-Platzierungen, wo er immer so zweiter, dritter, vierter wird. Eine Etappe 2019 bei der Baskenland-Rundfahrt hat er gewonnen. Das war die vorletzte Etappe, da tritt er relativ früh vom Ziel entfernt an. Da lässt man ihn halt gewähren, weil man da noch nicht so die große Gefahr einschätzt. Und dann ist er halt aber auch trotzdem Solo relativ schwer einzuholen, weil wenn er einmal in diesen, ja fast wie Zeitfahrmodus reinkommt, dann hat er schon eine ordentlich gute Schwellenleistung. Zur kompletten Wahrheit gehört er dann halt leider auch, er verliert die Gesamtwertung, weil ihm dann halt dieser Antritt einen Tag später fehlt, weil sich da in einer kurzen, steilen Rampe eine Gruppe absetzt. Die harmoniert gut und er fehlt halt da drin und alleine kann das halt nicht mehr da die Lücke zufahren. Und zweimal deutscher Meister ist er noch geworden. Da muss man allerdings auch sagen, bei diesem Straßenrennen, wenn man fürs Team Boranskroh antritt, das sind nicht ganz faire Bedingungen, das würde ich nicht zu hoch hängen. Wäre was anderes, wie wenn er zweimal deutscher Zeitfahrmeister geworden wäre. Aber Zeitfahren ist jetzt auch nicht ganz so seins. Obwohl der eine hohe Schwellenleistung fahren kann, ist er wahrscheinlich ein bisschen zu leicht oder halt dann zu wenig aerodynamisch und in dieser gebeugten Haltung dann immer noch die gleiche Leistung drücken zu können. Das heißt, auch im Zeitfahren wird er gerne, wie jetzt hier zum Beispiel bei der Tour de France 2023, auch mal 132. Oder selbst bei seinem besten Jahr 2019 bei dem Zeitfahren bei der Tour de France in Poe. Oder selbst bei seinem absolut besten Jahr 2019 bei der Tour de France, das Zeitfahren in Poe, da wird er 15. Das ist ein bemerkswert gutes Ergebnis. Heißt aber auch, er verliert an dem Tag über eine Minute auch zum Beispiel Garen Thomas. Und das ist so ein richtiger Zeitfahrtspezialist für die Gesamtwertung. Und das macht es halt aus seiner Sicht unglaublich schwer in der Gesamtwertung wirklich mal, um den Sieg zu fahren, wenn er auf der einen Seite nicht diesen Antritt hat, um am Berg auch mal wegzuspringen oder mal ein paar Bonussekunden zu kassieren und auf der anderen Seite auch im Zeitfahren nicht so die Distanz rausfährt, dass er wie ein Garen Thomas da quasi eine Art Pufferzone rausfährt und sich dann an den anderen Tagen am Berg quasi nur aufs Verteidigen konzentrieren müsste, weil er verliert halt sowohl im Zeitfahren als dann auch am Berg. Und ja, wenn man überall verliert, dann resultiert es halt immer dann, dass man nur so Vierter, Fünfter wird. 2019 bei der Tour, habe ich gesagt, da war man ganz dicht dran, was ganz Großes bei der Gesamtwertung zu erreichen. Und die Etappe 19 bei der Tour 2019 ist das wahrscheinlich für mich auch größte, was wäre, wenn in der Sportgeschichte. Hier, das ist der Stand in der Gesamtwertung vor dem Start der 19. Etappe. Emanuel Buchmann für Boratruhe liegt auf Rang 6, 2 Minuten 14, der Rückstand auf, allerdings Julian Alaphilippe. Und der ist im absoluten Hochgebirge nicht die wirklich größte Gefahr, sondern hat eher Zeit vorher schon mal rausgefahren auf Panschel-Etappen in den Weinanbaugebieten. Dann Thibaut Pinot, die französische Hoffnung liegt direkt einen Platz vor ihm in der Gesamtwertung. Der steigt allerdings direkt auf der nächsten Etappe wegen der Muskelverletzung aus. Das heißt, die direkte Konkurrenz heißt eigentlich nur Egan Bernal, Gern Thomas, beide fürs Team Ineos und Steven Kruswijk. Und die liegen so 45 Sekunden, 30 Sekunden von Emanuel Buchmann entfernt. Und die Etappe 19 hat eigentlich das Etappenprofil. Es geht hoch auf einen Anstieg, dann runter ins Tal und hoch zum nächsten Anstieg nach Tinje. Doch wegen einer Erdrutsch-Schlammlawine im zweiten Tal ist da die Weiterfahrt nicht möglich. Die Etappe muss abgebrochen werden. Keiner weiß so richtig, was man jetzt machen soll, wie man das Ganze jetzt sportlich werden soll. Wird die Etappe komplett weggelassen? Aber nein, die Tour de France Organisationen entscheiden sich dafür, die Zeitabstände oben an der ersten Zwischenzeit auf der ersten Bergkuppe zu nehmen. Und das ist natürlich sportlich schon sehr fragwürdig, ob man das so werten kann, weil die Mannschaften sind ja taktisch ganz anders gefahren. Man lässt ja zum Beispiel einen Bernal auch mal losfahren und will den dann alleine im Tal wieder kontrolliert zufahren. Wenn alle gewusst hätten, dass jetzt oben direkt schon bei der ersten Überfahrt oben die Ziellinie ist, wäre man wahrscheinlich auch taktisch ganz anders hinten gefahren. Aber das hier ist der Stand oben an der Kuppe. Bernal liegt vorne, Solo in Führung und dahinter haben wir eine Gruppe, die zusammenhängt. Steven Kruswijk zusammen mit einem Helfer von Jumbo Wismar, Lohrnste Plus und auch Gern Thomas. Der hat seinen Teamkollegen vorne in Bernal und Immanuel Buchmann in der Gruppe drin. Das heißt, wenn die Etappe ganz normal weitergelaufen wäre, wäre die Chance schon wirklich sehr groß gewesen, dass zum Beispiel ein Dupluss und Kruswijk die Lücke wieder zufahren können. Das heißt, Bernal gewinnt dann nicht die Tour de France, sondern Buchmann kann vielleicht nochmal drüber attackieren. Wenn die die Lücke nicht zufahren, fängt dann vielleicht sogar an Gern Thomas an zu fahren, weil die den Julian Alaphilippe nicht aufschließen lassen wollen. Es ist ein unglaubliches Was-wäre-wenn gewesen und ich glaube, wenn die Etappe normal abgelaufen wäre, wären die Chancen gar nicht so schlecht gewesen, dass Buchmann Dritter wird. Aber so hat das auch schon ausgereicht. Ich meine, Vierter in der Gesamtwertung vor der Tour ist jetzt auch kein schlechtes Ergebnis. Und ja, danach gab es große Interviews, eine unglaubliche Erwartungshaltung in Deutschland. Wir sehen hier Bilder, Emanuel Buchmann eingeladen bei dem ZDF im Sportstudio und wir sehen schon hier direkt im Hintergrund, das ist das große Ziel. Sämtliche Fragen von den ZDF-Kollegen zielen nur darauf ab, wann wird es denn jetzt Zeit? Nächstes Jahr, dann gelbes Trikot. Und da muss man leider sagen, dass A, Emanuel Buchmann ist halt einfach nicht dieser richtige Fahrertyp, um eine ernsthafte Gefahr für einen Gesamtsieg auszuholen. Der ist ein sehr solider Fahrer für einen dritten, vierten Platz, weil er halt diese Verfolgung sehr gut kann. Aber um halt ein gelbes Trikot zu gewinnen, muss man halt auch irgendwo mal Zeit gut machen und das sehe ich nicht bei ihm. Und was leider auch noch ein riesiges Problem ist, wenn man jetzt aus Borans Grohe Sicht ihn als den neuen nächsten Tour-Sieger vermarkten will und dafür hat er wohl einen sehr gut bezahlten Vertrag bekommen, den er wohl, wenn er nicht bei einem deutschen Team fahren würde, wohl niemals so, ja, mit so gutem Gehaltsaussichten bekommen hätte. Aber Buchmann ist ein unglaublich sympathischer Kerl und der ist vieles, aber der ist bei weitem kein Entertainer, der die Massen begeistert, sondern das ist eine unglaublich konstante Hochleistungsmaschine ohne auch nur ansatzweise Emotionen im Gesicht. Und das ist nicht nur allein meine Beobachtung, da gibt es auch ein paar sehr amüsante Kommentare unter genau dem Video. Emanuel Buchmann wäre mit seiner Mimik und Gestik wirklich Endgegner am Puckertisch. Emanuel Buchmann absolute Effizienz, keine Muskeltätigkeit im Gesicht zu viel. Und ja, das ist so ein bisschen das Problem über die nächsten Jahre. Die Erwartungshaltung ist ein bisschen, ja, viel zu hoch an ihm. Ihm sagen wahrscheinlich ein paar Leute, dass er der nächste deutsche Tour-Sieger sein soll, der nächste Jan Ulrich. Und dementsprechend bekommt er jetzt auch ein sehr gutes Gehalt. Das Problem ist nur, danach bleiben auch so ein bisschen Ergebnisse aus, was jetzt nicht unbedingt seine Schuld ist. 2020 sowieso schon ein sehr merkwürdiges Jahr, sehr schwer zu planen, was auch so den Formaufbau angeht. Und dann auch noch ein schwerer, schlimmer Sturz beim Kriterium die Dauphiné, also dem letzten Vorbereitungsrennen, bevor es dann in die Tour de France reingeht. Ein großer Sturz der GC-Gesamtfavoriten aus den letzten Jahren. Eine unnötlich gefährliche und auch einfach eine Straße in sehr schlechtem Zustand. Also hier ist vor allen Dingen auch mal Kritik bei der Aso berechtigt. Noch bevor die TV-Übersragung einsetzt, ja, so eine gefährliche Abfahrt ohne Not reinzunehmen. Also da hätte man die Abfahrt auch durchaus mal neutralisiert runterfahren können, Ergebnis vom Kriterium die Dauphiné ist auch, ja, ganz ehrlich, nur zweitrangig. Hier geht es darum, nochmal einen letzten Formtest zu machen. Und wenn hier die Top-Fahrer kurz vor dem Tourstart alle rausfliegen, dann ist hier wirklich gar keinem geholfen. Also er fährt die Tour im Anschluss trotzdem noch, aber er ist halt einfach, ja, wegen diesem Sturz nicht so fit und schafft es deswegen auch nur auf Gesamtrang 38. Also im Prinzip fährt die Tour hier komplett nur unsichtbar mit. Dann 2021, kleine Planänderung. Diesmal voller Fokus auf den Giro Italia. Sieht auch relativ gut aus, da hat es mindestens Platz 3. Auf Etappe 15 ist er 6. in der Gesamtwertung, eine Minute hinter zum Beispiel Simon Yates. Okay, Benal vorne, der ist im Prinzip weg. Aber 2. 3. ist noch absolut machbar und die hohen Berge kommen erst noch für ihn. Und dann leider hier der nächste Massensturz. Emanuel Buchmann muss hier nach zwei Wochen fortzeitig den Giro Italia wegen Sturzverletzung verlassen. Plant dann um, er holt sich kurz und fährt hinten raus dann doch noch die Tour de France. Aber ja, das ist halt ein ganz anderer Saisonaufbau und wird dann nur 33. Das heißt, das hat auch nicht hier so gut funktioniert. Und dann gehen wir 2022 in den ganz interessanten Giro Italia rein. Emanuel Buchmann ist der Kapitän von Boranskro und er bekommt an die Seite gestellt einen jungen Australier, Jai Hindley. Der darf auch mal ein bisschen als Co-Kapitän vielleicht auf eigene Rechnung fahren. Aber der ist neu im Team und aus Emanuel Buchmann Sicht ist es ganz klar, er ist hier der Chef und der andere muss sich auch erst mal teamintern beweisen. Und dann haben wir hier die erste Werkankunft Etappe 7. Es geht hoch zum Blockhaus. Es gibt hinten raus Antritte von Bergfahrern, das heißt von diesen anderen GC-Kapitänen, die eher besser diesen Tempo-Wechsel beherrschen. Das heißt, Roman Badé, Richard Carapaz, Mikkel Lander und diese Tempo-Wechsel, die liegen Emanuel Buchmann halt nicht so gut. Der versucht das Ganze eher gleichmäßig hier halt einfach die Lücke wieder zuzufahren. Und dann haben wir hier ein Bild und da kann man auf der Etappe 7 auf jeden Fall schon verstehen, wenn der an Buchmann sauer wird. Hier fährt vorne Jai Hindley ohne Not. Ein hohes Tempo. Das heißt, der zieht hier die anderen GC-Kapitäne in der Gruppe davon und kippt den Windschatten in Richard Carapaz in Lander in Badé. Und hier hinten in der Verfolgung, das ist Emanuel Buchmann, der versucht hier alleine wieder in die Gruppe ranzufahren und hier vorne Jai Hindley ausgerechnet der eigene Teamkollege ist, der ihm heute das Leben so zur Hölle macht. Und ich will hier an der Stelle gar nichts sagen, das ist eindeutig, wir müssen hier alles für Buchmann oder alles nur für Hintley fahren. Das ist Etappe 7. Da ist schon aus Teamsicht wirklich, ja, es wäre besser, wenn man sich da die Karten gut offen hält. Aber an dem Tag würde ich sagen, ist da Team intern irgendwas zerbrochen und wir sehen dann auch zum Beispiel auf Etappe 14 in Turin großes GC-Chaos, immer wieder diese kleinen kurzen Wellen. Das heißt, steile Rampen in Turin drin, Simon Yates, Carapaz attackieren. Hinten ist eine Verfolgergruppe mit Jai Hindley und Emanuel Buchmann, das heißt, zwei Fahrer von Boransko noch vertreten. Aber auch hier ähnliches Bild, da stimmt Team intern wohl die Zusammenarbeit nicht. Emanuel Buchmann fährt auch hier die Lücke nicht zu für Hindley, sondern da ist wahrscheinlich auch schon vorher auf den Tagen im Team Bus keine gute Stimmung gewesen. Hindley weiß, hier brauche ich nicht auch Unterstützung von Buchmann zu warten. Der springt Solo hinterher und das Bild zieht sich im Prinzip wie ein roter Faden durch den gesamten Giro durch. Bis zum Schluss Jai Hindley, ja, meiner Meinung nach auch ein bisschen überraschend den Giro gewinnt. Aber wir sehen auch nicht einmal, wie Emanuel Buchmann Tempoarbeit für Jai Hindley verrichtet. Oder wir haben auch am Anfang nicht einmal gesehen, wie Jai Hindley für Buchmann Tempo gemacht hat. Dann 2023, Buchmann ist im Tour aufgebot und ja, wie auch immer, zusammen mit Jai Hindley auf Etappe 5 in der Fluchtgruppe drin. Hier die Riesenchance ins gelbe Trikot für einen von den beiden reinzufahren. Man muss halt nur aus Teamsicht hier relativ früh eine Entscheidung treffen. Einer muss jetzt hier Tempoarbeit fahren, damit nicht von hinten Pogaccio oder Winger gar wieder ranrauschen. Und die teaminterne Entscheidung fällt wohl da drauf, Buchmann muss fahren und Jai Hindley wird geschützt. Ist ganz klar die richtige Entscheidung. Hindley hatte einfach auch mehr diesen Antritt und diesen Punch und ist dadurch die bessere GC-Option. Aber man kann auch absolut Buchmann hier verstehen, dass das ihm nicht leicht fällt, wenn er vorher die ganze Zeit ja der große GC-Kapitän in der Mannschaft war, der über die Jahre sich zusammen langsam mit dem Team entwickelt hat, der das Gehalt verdient hat, der in der Öffentlichkeit so präsentiert wurde als der große Chef von der Mannschaft. Und jetzt soll auf einmal der Helfer sein für Hindley, der in seinen Augen ja ähnlich gut ist. Er hat halt leider seine Stärken in Bereichen, die nicht ganz so taktisch von Vorteil sind. Und jetzt kommt mit Primoz Roglic und dem großen Gehalt-Check, dass ja Red Bull auf den Tisch geknallt hat, auch nochmal ein ganz, ganz großer Name ins Team. Das heißt, die Kapitänsrolle bei der Tour de France ist für ihn sowas vom Tisch. Aber man kann auch verstehen, dass er wie selbstverständlich davon ausgeht, dass wenn es heißt, konzentriere dich bitte auf den Giro, dass er davon ausgeht, ja, dann fahre ich halt zumindest als Kapitän zum Giro. Und da muss man wohl leider sagen, da habe ich das Gefühl, da lebt er ein bisschen in der Traumwelt, weil so viel macht das einfach gar nicht Sinn. Die Mannschaft, Boransko, hat sich einfach zu sehr weiterentwickelt und ist zu stark geworden, hat viel zu hohe Ambitionen, dass er die jetzt erfüllen könnte. Und ein Platz 7 in der Gesamtwertung, was ein absolut realistisches Ergebnis ist, was er in der Lage wäre zu fahren, das spielt halt einfach für Boransko keine Rolle. Wenn er vor dem Start Teamintern signalisiert hätte, dass er bereit dazu wäre, ein loyaler Edelhelfer für die Berge zu werden, dann wäre er wahrscheinlich auch im Touraufgebot gewesen. Ich meine im Aufgebot für den Giro, da hat ganz extrem einfach noch ein Berghelfer im Kader gefehlt und Boransko hatte da unglaublich viel Glück, dass die Rennsituation häufig von URE beziehungsweise von Ineos so geklärt wurde, dass die im Prinzip immer nur die ganze Zeit mit Martinez hinterherfahren konnten. Aber auch allein, dass Schachmann dann der letzte, beste Bergfahrer an Seite von Martinez war, das hat dann auch dazu geführt, dass der dann wiederum keine Freiheiten hatte, einen Tagessieg rauszufahren und dass Boransko da im Prinzip komplett ohne Chancen auf einen Etappensieg aus dem Giro rausgegangen ist, das hängt hauptsächlich daran, dass er hier nicht bereit dazu war, die Rolle vom Berghelfer-Fahrer zu übernehmen. Und jetzt wird es halt ganz interessant, was er in Zukunft macht. Die Trennung vom Team ist ja beschlossene Sache und es gab ja auch schon seit Februar die Meldung, dass wohl ein französisches Team Interesse an der Verpflichtung von Buchmann hat. Da allerdings die Frage, welches Team soll das sein und welche Rolle soll er dann in dem Team übernehmen? Es ist ein großes französisches Team, wie zum Beispiel Agé de Célamonial oder FDG, wo er vielleicht als Bergedelhelfer eingeplant ist. Die Rolle könnte er wirklich wunderbar mit seinen Fähigkeiten übernehmen, für zum Beispiel einen, ja, ein bisschen jüngeren David Gaudu, viel Erfahrung, 31 Jahre und immer konstant und verlässlich an der Seite von David Gaudu auftauchen, da wieder Lücken zufahren, dann macht das auch gar nicht so ein Problem, dass er keinen Antritt hat. Wenn er dann selber keine Gefahr in der Gesamtwertung darstellt, wird man ihn halt viel eher auch nochmal in Gruppen wieder aufschließen lassen, wenn er dieses, ja, kontrollierte Zufahren von Lücken alleine betreibt und dann kann er sich wieder in die Spitze von dieser Gruppe begeben und dann da wieder Tempoarbeit verrichten oder halt nochmal irgendwie seinen Hauptkapitän unterstützen. Er hätte quasi genau dieselben Fähigkeiten, den Tony Martin mitbringt, aber halt als Edelhelfer fürs Hochgebirge beziehungsweise der könnte sogar noch sein Training noch eher darauf versteifen, noch konstanter, besser am Berg zu fahren und das mit dem Zeitfahren komplett sein lassen, weil ohne noch ein Auge aufs GC zu werfen, geht es ja dann für ihn nur noch darum, ja, das Zeitlimit nicht zu verpassen und dann möglichst, ja, mit Kräfte schonend durch so einen Zeitfahren durchzukommen und dann meine ich schon, hätte er absolut die Fähigkeiten dazu, ja, zur Weltelite der Edelhelfer aufzusteigen, quasi das Gleiche, was ein Raffael Maiker macht, was ein Sepp Kass macht, also in der Rolle würde ich ihn wirklich unglaublich gerne sehen, vielleicht sogar auch bei einem größeren Team wie zum Beispiel Wismar Lisebike an der Seite von Warum nicht Christian Utebrücks, da könnte man so ein perfektes Duo, ja, die sich wohl auch, was man gehört hat, relativ gut verstehen, ja, halt immer zusammenfahren lassen, wenn man immer denselben erfahrenen Edelberghelfer, der auch ein bisschen Erfahrung weitergeben kann, an den jungen entwicklungsfähigen Utebrücks weitergibt, also das wäre ein wirklich traumhaftes, ja, Pärchen, aber da muss ich dann vor allen Dingen auch Buchmann bereit erklären, halt in diese Helferrolle bewusst reinzuschlüpfen und ja, vielleicht fällt es ihm ein bisschen leichter, wenn das in einem neuen Umfeld passiert und nicht bei seiner alten Bohrer-Mannschaft, wo er jetzt, ja, neun Jahre lang gefahren ist, und quasi acht Jahre lang der große Hauptkapitän war, dann zu sagen, okay, ich bin in meiner Mannschaft jetzt nicht mehr der Chef, ist vielleicht schwieriger, als wenn man in ein neues Umfeld reinkommt, oder halt die zweite Option, und da glaube ich, dass das ein bisschen die realistische Variante für Buchmann ist, ich habe hier mal die Übersicht mitgebracht, mit der World Tour Rangliste der UCI, und zwar, da geht es hier um Aufstieg und Abstieg über einen Dreijahreszeitraum, 23 bis 25, und hier geht es halt einfach knallhart für ein paar Mannschaft drum, man muss in die Top 18 reinkommen, damit man halt automatisches Startrecht in der World Tour für die Tour de France hat. Was oben an der Spitze in der World Tour Rangliste passiert, ist im Prinzip komplett egal, also ob jetzt das Team UAE oder Wismar-Lisebike das Team mit den meisten World Tour Ranglistenpunkten über einen Dreijahreszyklus ist, das interessiert absolut gar keinen. Boranscourt schwimmt hier aktuell im Mittelfeld auf Rang 10, das heißt, die sind zumindest nicht abspruchsgefährdet und dementsprechend haben die gerade gar nicht so ein großes Auge darauf, Punkte zu sammeln. Und dann kann man sich als so ein Team zum Beispiel eher darauf konzentrieren, die richtigen Resultate reinzufahren, um zum Beispiel den Tour de France Gesamtsieg, ja mit vielleicht viel Hoffen für Boranscourt halt reinzuholen. Aber hier unten Platz 16, 17, 18, 19, da wird es super interessant, halt einfach nur Fahrer zu verpflichten, die konstant sicher Punkte auf dein Punktkonto reinfahren. Und für so ein Team ist halt Emanuel Buchmann eine wirklich gute Verpflichtung, weil der wird halt unter Garantie 7.8.9. in der Gesamtwertung und das gibt es halt einfach, ja ganz sicher Punkte, mit denen man auch viel besser planen kann, als wenn man das versucht über Fluchtgruppen zu fahren und dann halt zu gucken, komme ich in die Gruppe rein, wird die Gruppe fahren gelassen, das versuchen die Teams natürlich auch, aber das ist halt eine viel größere Ungewissheit als noch so diese, ja sicheren Punkte, wenn dann halt ein Emanuel Buchmann 8er in der Gesamtwert von der Tour de France wird. Für Borans Co ist das halt uninteressant oder auch zum Beispiel für ein Suda-Quickstep-Team, da wäre halt höchstens die Frage, wechselt ihr vielleicht noch als Edelhelfer für Remco Wendepoel, die bauen ja die Mannschaft so ein bisschen um, aber wenn da zum Beispiel zu Quickstep geht, dann ist er ganz klar der Helfer von Wendepoel, wenn er zu Kofidis geht, dann kann er auf eigene Rechnung fahren. Und ich weiß nicht, welches französische Team da wohl schon seit Februar Interesse an Emanuel Buchmann hat oder an Manny Buchmann, wie der dann international genannt wird. Aber es ist auch komplett egal, weil die Fahrweise und das Ziel wäre für ihn genau das Gleiche. Es ist dann halt ja ein bisschen die Frage, welches Trikot-Design er anhat. Da wäre zum Beispiel Kofidis hier 17er, Akea B&B 19er, das heißt, die würden zum Beispiel gar nicht die Welttour-Lizenz beim nächsten Mal bekommen. Oder auch sogar hier 22 Total Energies, aktuelles Zweitligateam, aber die müssen eigentlich gerade einen riesen Batzen Geld in ihrer Budgetplanung überhaben, weil Peter Sagan seine Karriere beendet hat. Und die drei Teams müssten eigentlich auch ein deutliches Interesse haben, ihn jetzt schon noch vor der Tour de France zu verpflichten. Heißt, mich würde es da absolut nicht überraschen, wenn es da demnächst heißt, es gibt eine einvernehmliche Vertragsauflösung und Emanuel Buchmann rückt noch, ja so als Eilmeldung in das Touraufgebot von Total Energies. Aber was meint ihr, wo sind wir Buchmann demnächst als Edelhelfer an der Seite von Quickstep, Remco Wendepoel oder Christian Utebrücks oder doch eher auf eigene Rechnung fahren bei den kleinen Teams im Abstiegskampf? Auf Wiedersehen. Vielen Dank.